Oh, die Kreisparkasse Heilbronn mit meinen PIN? Beachten Sie diese wichtige Regel zum Schutz vor einem Hackerangriff. Wir fragen Sie nie, weder telefonisch noch per Mail, nach Ihrem Passwort, Ihrer TAN oder einer PIN. Sollten Sie sich unsicher sein, ob die vermeintliche Nachricht von uns ist, wenden Sie sich bitte an unser Kundencenter. Sie erreichen uns telefonisch oder über die Chatfunktion. Sie möchten wissen, wie Sie Ihre Karte sperren lassen? Dann schauen Sie hierfür folgendes Video.